Lasst euch verzaubern beim zweiten SC Krabat Firmenlauf durch den Koselbruch rund um die geheimnisvolle schwarze Mühle. Fünf bis zehn Starter bilden ein Firmenteam und laufen gemeinsam den zwei Kilometer langen Rundkurs. Ein unvergesslicher Sommerabend mit Bettkampfcharakter und Teamgeist mit gemeinsamer Feier in der Krabatmühle, einfach zauberhaft. Der SC Krabat Firmenlauf 30. Juni 18 Uhr Anmeldung unter www.sportclub-heuerswerda.de